Wie konntest du nur? Das war nicht angebracht. Das war's, mir reicht's. Ich kündige. Du steckst in der Klemme, Monster. Also, ich muss doch sehr bitten. Das war's, wir sind fertig. Das Spiel ist fast vorbei, bitte beeilt euch, bitte beeilt euch. Es wird langsam Zeit für meine Kaffeepause. Unser heutiger Hauptgewinn ist ein Gummihuhn. Zehn klitzekleine Minisekündchen noch. Es wird Zeit auszustempeln. Ihr wisst ja, wie es so schön heißt. Die Zeit rast, wenn man Spaß hat. Kommt zum Ende. Ich muss zu einer Verabredung. Hey, fang auf. Das hier ist für die Mädels. Eilzustellung. Bis dann. Schon besser. Schon besser. Klupschi, Pupschi, tu's für mich. Du bist der Allerbeste.